Hocknob年 3 Noch ein ganz kleines bisschen Hampsi! Baaaaiiii! Treff deine Vorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorvorv Für Dagn und sein Freund Hocknob ist das Leben ein riesen Spaß! Schnappt euch einen Speer! Oh! Der piekst! Tagsüber auf die Jax Und abends auf die Party! Bis sich alles ändert! Häh! Die Steißheit ist Geschichte, auch lebe die Brosse sein. Wie bekommen wir unser Tal zurück? Von den Machern von Wallace und Gromit und Sean das Schaf. So soll das Spiel beginnen. Ein Höllenmensch? Ein Höllenmensch? Wir fordern euch heraus. Wenn wir gewinnen, bekommen wir unser Tal zurück. Abführen und töten. Ganz langsam. Idiote. Ganz schön mutig, Höllenmensch. Und dumm. Du wartest hier. Ich will kein Aufsehen erregen. Eigentlich eher dumm als mutig. Danke. Gemeinsam sind wir stark und können sie besiegen. Freut mich an Bord zu sein. Spielen wir Fußball. Perfetto. Und wie machen wir das? Mein Knie, es tut so weh. Early Man. Steinzeit bereits. Was in alle Welt ist denn heute endlich gefahren, Stefano? Ja, edle Herr. Demnächst im Kino. Demnächst im Kino.